So, Freunde, es ist gerade ein Update gekommen für das Spiel. Bei euch dürfte jetzt ein Donnerstag sein. Bei mir ist es immer noch Sonntag. Zeitverschiebung. So, wie ihr seht, habe ich schon genug Zeug gesammelt für das Messer. So, dann machen wir mal das Messer. Upgrade. Blablabla, benutze auf 8. Und hier hatten wir, ja, das, hm, nee, machen wir besser. Mach ich Messer. Ich mach dich Messer. Außerdem habe ich ein paar Sachen entdeckt. Hier ist nämlich noch so ein Teil. Und, Moment. Das ist eine Gasstation, da habe ich hier noch ein Campfire. Und ich habe hier irgendwo dann noch ein Campfire. Und, klar, das entdecken wir jetzt. Gemeinsam. Ein bisschen Plastik mitnehmen. Schadet nie. Frag mich nicht, wie ich hier reingekommen bin. Das ging vorher nicht. Jetzt ging es. Gewürze. Ah, lecker. Lecker Toilette. Ach, cool. Genau. Wie im Ersten Weltkrieg. Keine Wende. Braucht keiner. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Also, wie gesagt, die Steuerung ist zum Teil ein bisschen bescheiden. Heizkörper. Heizkörper ist gut. Heizkörper ist gut. Zuerst gucken wir mal nach dem... Nein, 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 nein. Hier ist Plastik. Plaste und Elaste. Die drauf. Ne. Wo geht man jetzt hin? Wir gehen jetzt zu Packard Family Farm. Da. Was ist mal hier lang? Irgendwie da. Da, 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 da. Ich habe hier schon ein bisschen gekillt, wie ihr seht. Und ich habe auch schon neue Monster kennenlernen dürfen. Da oben. Aber nichts Wildes. Hier habe ich allerdings eine Quest bekommen. Und zwar soll ich ein Seatback, also einen Samenbeutel, einen Samenbeutel craften. Da, 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 das geht ja nur mit Feuer, meine ich, ne? Ach, level up, level up. Bitch, er hat das Damage Against Monster. Blah. Ne, mal Headpoints, Headpoints ist gut. So, es sind wieder neue Sachen, dass wir kommen. Ah. Das sieht schwer nach Angeln aus. Hier ist immer noch die Flashlight. Ach, ne Machete. Guck mal, ne Machete. Ne Machete. Ja, ich will ne Machete haben. Ich muss dann nachher vergleichen. Aber erstmal brauchen wir auch noch das hier. Aber erstmal brauchen wir auch noch das hier. Ach, geh doch schlafen. Wo habe ich denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Äh. Ja, ein Samenpflanze. Wie soll das denn gehen? Wie geht das? Wie geht das? Ich habe hier keinen. Ich habe das Ding zwar. Ich habe es doch gekräftet oder nicht? Ich habe es gekräftet. Ich habe es gekräftet. Ich habe es doch. Freunde. Das ist bei den Tools dabei. Ah. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Ich habe es. Ich habe es doch geduldet. Ich habe es jetzt nicht gesehen. ich weiß nicht deswegen nehmen wir mal die marita ich will die marita auf jeden fall mal gegen zombies testen das ist ja schon eins wir bräuchten jetzt quasi ein feld wo schon was wächst ich frage mich eigentlich auch ob das upgrade ist auch für die machete gilt dass die ganzen abgriffe ich brauche kaffee jeden morgen hier war doch noch irgendwo so eine farme gewesen loan field ja das ist damit gemeint wahrscheinlich das ist ja schwierig man muss ja nicht immer das messer benutzen ich hoffe es geil ist loan field das hier samen hier gibt es einen traktor cool iron geil haben wollen so wie wir gelernt haben die exklusiven fässer lassen wir mal irgendwo also für die zerstörung ist trotzdem das brecheisen tut er nicht und wie ich sehe können wir auch hier schon wieder ein lagerfeuer wie ich das gesehen habe übrigens ist hat man das level ab angehoben ne quatsch das level ab das maximallevel angehoben ja das bringt mich aber nicht weiter ich muss gleich mal gucken wo ich zusammen herbekommen ist doch toll dass es hier so viel zeug gibt aber das heißt ja meistens nichts gutes also diese brunnen mag ich das ist ja klasse übrigens was ich vorhin gesehen habe hier ist unabhängig von den Samen und so weiter hat die doch geschrieben kommt wieder wenn du level 7 bist und mach die quest ja ist ja gut ach hier ist ja so ein neues typ geschiss die droppen übrigens teilweise auch iron oder diese bretter das sind andere bretter als die normalen bretter da sind die guten bretter ne was ich aber meine ist hier da für die quest sollten wir level 5 sein wir sind level 6 das heißt ich geh mal hin also ja ich geh mal hin und versuch und versuch die quest zu machen ja das ist es gut dass die bosse nicht respawnen gut dass die bosse nicht respawnen machen wir die mahete einmal mache ich das jawohl dann schauen wir mal auf dem basketballfeld was es gibt mit monstern und zeugs schmuck 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 nein ok 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 Och mann. Menno. Wo bin ich denn jetzt hier aufgebracht? Wieder am Arsch der Welt. Okay, also die Quest machen wir auf jeden Fall mal. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wie hier das ist. Oh, die machen so. Was ist denn hier? Da, Iron. Es gibt Iron von den komischen Typen. Das ist jetzt alles egal. Das sind wieder die Eier. Geht nicht. Okay. Ja, 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 ja. Das ist doch mal am Urlaub. Das ist aber falsch. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Die Straße. Ich sehe die Straße. So, bevor wir uns jetzt da reinstürzen, würde ich sagen erstmal schlafen. Und dann können wir noch die Quest einmal versuchen. Die können wir ja. So, dann wünschst du mir Glück. Erstmal hole ich mir die Leiche. Das ist schon wieder. Ach, verdammt. Was? Ich hab falsch gezielt. Nee. Ich hab falsch gezielt. Äh. War das bugusing? Ähm. Nein. Das war so vorgesehen. Äh. Sehr gut. Dann gehen wir auch mal schlafen. Machen wir das Messer hier voll. Ähm. Okay. Schön. Ähm. Ich meine. Äh. Samen. Das kann ich dir herstellen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. Äh. Äh. Ach. Da sind schon Samen drin. Ich muss das nur auswählen. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Komm! Wer Lesen kann, ist klar, im Vorteil. Wo ist denn das komisch da? Ah, noch ein Stückchen links. Ich weiß nicht, zum Teil fallen die direkt um. Klar, kritische Treffer. So, jetzt nochmal. Was sollen wir denn anpflanzen? Irgendwas, ok. Dann Tomaten. Nein. Da. Cool. Oh, Tomaten. Schön. Ich denke, das mit dem Schlafen wird nicht funktionieren, dass wir... Aber wir schlafen ja auch nicht. Dafür bräuchten wir ein... Sleeping Bag. Haben wir nicht. Da können wir ja ein bisschen killen gehen. Das mit dem Treffen ist auch wirklich verbesserungswürdig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja das Schöne, man kann hier eigentlich die ganze Zeit neue Gegner generieren. Ja. Machen wir doch die Machete dahin. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, die machen ein bisschen mehr Schwer. Vor allen Dingen würde ich gerne das Teil upgraden. Vielleicht kann ich das ja. Ja. Ja, erstmal den Freund hier. Die stellen. Und dann auf Upgrade gehen. Ah, Mahite. Ja klar kann ich die upgraden. Ich kann die sowas von upgraden. Und nochmal. So, jetzt geht's nicht mehr. So, nochmal probieren. Ich bin gespannt wie lange es dauert bis man eine Pflanze... Wenn du die rauskriegst. Das ist doch eine Pflanze. Ich weiß es nicht. Zick bumm. Vielleicht sind die ja schon fertig. Da ist doch was. Da ist doch was. Wie kann ich... Ist das schon fertig? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich... Vielleicht brauche ich ja dafür die Schaufel. Jetzt habe ich das Feld kaputt gemacht. Ähm. Ne. Jetzt habe ich das Feld kaputt gemacht. Ähm. Geh mal kill. Irgendwo. Ich brauche Reifen. Oh Mann. Also um das Messer nochmal Upgraden. Brauche ich Gummi. Und dafür muss ich wahrscheinlich das Ding hier Upgraden. Oh Mann. Oh Mann. Na gut. Soll ja auch nicht. Langweilig werden. Langweilig werden das Spiel. Ich würde jetzt eigentlich irgendwie so ein Viecher killen. Ist ja kein Spinner. Dann müssen wir uns. Aus. Da ist ein Viech. Da rennt es. Da rennt es. Ja. Wir wimmeln es aber auch von denen. Kann man auch von denen. Komm her. Komm her. Fleisch. Und Leder. Also jetzt mit dem Messer klappt das natürlich wunderbar. Mit dem. Mit dem. Ich hoffe ich werde mich irgendwann mal an die Steuer gebühren. Ich würde mal sagen von dem Standardzeug bekommen wir recht viele. Das ist weg. Meine Tomaten sind weg. Verdammt. Ja jetzt müssen wir hier warten. Freunde. Da würde ich mal sagen. In der nächsten Folge sehen wir. Was daraus geworden ist aus meinen Tomaten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020